Gold! Ich wollte schon sagen, das geht wieder nicht. Passiert auch ziemlich schnell hier. Fearing Potions, na dann. Ein Ring. Das gibt es natürlich selten für uns hier. Ein Ring, Stärke plus 2. Oh, Water Resistenz, 16. Werden wir nicht haben? Werden wir nicht alle Ringe hier? Fällt mir auch gerade ein, die Frage. Ich hab gar nicht mehr dran gedacht. Die Diebkorn nur eingebrochen. Hier hat nämlich noch keinen zweiten Ring. Na gut. So. Kearing Potions. Was haben wir hier? Noch mehr Kearing Potions. Mana Potions, wird teuer. So. Okay. Ach, jetzt auch noch. Gibt's noch Boots. Noch mehr Boots. Boots. Noch mehr Boots hier. Was haben wir hier für Boots? Boots. Perception plus 3. Protection Mon. Oh, ne. Wir müssen ja mal eine hier Draufsicht machen. Die Kamera ist richtig eingestellt. Er kommt doch nicht hoch. Wegfindung. In Perfektion. Naja. Im negativen Sinne, ne. Ihr wisst. Kerosin. Kerosin für Flammenwerfer. Haben wir. Nur und keine Flammenwerfer hier. Mana Potions. Zell. Eine halbe Maske? Und da denn dran? Ja, komm ich. Feuer. Was ist das denn? Okay, nochmal hier. Wir haben ja. Feuer. Damage 20. 16 bis 29. Agility 30. Hat sie, glaub ich, ne. Oh, das glaub ich besser. Oder? Ja, das ist ein bisschen besser, weil da noch Feuer. Weil da noch Feuer, den es hat. Halbe Maske. Protection 4. Keine weiteren Fähigkeiten. Ah, wir können nicht. Ich wollte eigentlich mal was Neues, aber. Hm. Ja, sie können das gebrauchen. Da sie eh diese passiven Fähigkeiten hat. Warum nicht? Gebe ich ihr gleich mal. Ähm. Dann können die alles lieber mal geben. Gebe ich ihr gleich mal rüber. Was? Ne? Wir gehen mal kurz hier hin, zum Hühnchen. Dann müssen sie lieber mal was übergeben hier. Ach, kein Herr. Ah. An wen wollte ich jetzt übergeben? An ihm? Oder an ihr? Ich wollte glaube ich an ihr übergeben. Und die ist nicht so gut. Und den glaube ich auch. Ach weil Level 10 ist halt erst. Na gut, trotzdem. Nehm ich doch trotzdem so einmal wahr. Einmal rinde ich hier einmal an allem vorbei. Gold! Los! Protection plus 2. Accuracy plus 8. Ich habe keine Chance. Plus 6. Gefällt mir noch mehr. Accuracy plus 8. Und Protection 2. Der bessere. Ja gib mal. Ach kann ich noch nicht, weil ich wieder zu weit weg bin. Na klar. Ein bisschen besser nehmen mit allen zusammen. Das ist besser. Was ist das? Ein Tiger? Hier sind Tiger unterwegs. Ah die war das ne? Ist doch die besser. Machen wir ja. So. Reiner? Wieder. Flameswower? Noch mehr Boots? Geil. Kann ich mir noch nicht. Ich bin immer noch so blöd dafür. Ich könnte mich auch vielleicht so bald nehmen. Der ist auch gar nicht mal so schlecht. Da brauche ich mir doch auch Kerosin für. Aber. Agility plus 3. Ja. Wird knapp. Intellekt habe ich nicht. Hier ist die Red auch nicht. Reden kann ich noch nicht nehmen. Ist egal eigentlich. Kerosin im Grunde. Hier käme ich halt Kerosin. Aber. Naja. Nicht so wirklich überragend. Und das hier. Hm. Nehmen wir mal die. Obwohl er unsere damit. Nachlässt. Unsere Genauigkeit. Aber haben wir ja Schutz. Dafür. Das ist mal. Nehmen wir einfach mal so. Hm. Und überlegen. Was ich damit mache. Mit dem Flammerfer. Das nicht. Auf jeden Fall. Nehmen wir Gold. Wir räumen ja mal alles auf. Ne Kampffachs. Kann ich ihn gar nicht gebrauchen. Aber ich nehme ihn um. Obwohl er vielleicht. Nur 41. Hat er denn die Werte dafür. Werde ich gleich mal sehen. Ob er die Werte dafür hat. Wenn wir sie besser. Kann doch jetzt sein. Das wird doch was Gutes. Da wo er dran hat. Ja. Da nehme ich sowieso mit. Flaming Potions. Okay. Gucken wir mal hier hin. Aber du mal langer mir vor. Durch diese Siedlung hier. Ähm. Gib mir mal die Kampffachs rüber. Ne. Stärker fehlt. Stärker habe ich nicht genug. Muss ich auch noch Level. Mach. Gut machen. Na gut. Dann weiß ich ja Bescheid. Hier sind die Händler. Fällt mir grad auf. Kann ich aber immer. Räume ich hier mal noch weiter auf. So. Overwall. Ein Breitschmerz. Aha. Overwall. Ja. Ja. Aber nichts anderes zu bieten. Außer. Dementsprechend. Das ist ja richtig gut. Weil das ja mehrere Sachen hat. Hat ja noch. Diverse Skills dazu. Also Fähigkeiten. Gold. Niemand kann ich immer gern gebrauchen. Mana Potion. Teil. Da noch was. Aber wer ist auch noch ein Dornangriff da oben. Ja. Da müssen wir dann wohl zur Hilfe eilen. Gehen wir da hin. So. So. Jetzt müssen wir hier wohl. Ein bisschen aufräumen. So. Und dann sind uns der Gedecke. Aufräumen. So. Das ist ja auch nicht mehr los. Na. 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 Befürchtet habe 25 Das ist auch nix Das ist auch Schrott Glaub ich, oder? Ist das besser? Als sie hat Auch nicht besser als das Ach, sagst du auch Mist Boots Mist, Level 1 Level 1 Boots hier? Level 4 Das ist ja alles nicht wirklich der Hammer Da muss man doch mal eben kurz Hilfe eilen Wo ist das? Haben das hier überlebt Und die Stadt auch Was war denn hier für Angreifer? Was ist das? Oh Heavy Armor Ist das für ihn, ne? Ja, 37 auch Dann brauche ich die nicht Wobei, B plus 6 Na gut Hat die selbst bewertet Außer dass die schlechter ist Was die Ausweichen angeht Natürlich keine, keine gute Optionen Und Wollen wir mal so sagen Gehen wir da hin Wollen wir mal auf und hier auf Okay So gehen wir mal weiter Nehmen wir Nehmen wir auch noch Zurück Einmal alle Gebäude Ausräumen hier Wie es sich gehört Oh ja, weil immer Goldreserven sind Ja schon Ja, Mana posten Eine Person die das braucht Ist Teil, ganz ehrlich Ich Ein Das 110 Das ist nicht so gut Gehen wir hier raus und gucken was wir hier so haben Gold Natürlich Und mehr Gold Kommt mal in die Goldreserven hier Den Bauernhof sind in Bei den Schweinen versteckt Ja Alten die Schweine Ja Genau wie sie angreifen Auch altes Schweine gewesen hier Greifen einfach eine Siedlung an Oh Ja, wieso alle Nur einen bitte Nur einen So Goldwing Potion Nehmen wir gern mit Gold Nehmen wir noch gern noch Noch lieber mit Sie wollte sie Die Verkaufen die ganz gut Und den auch So das war es wohl mit dem Ausposten hier Mit den Was ist was für ein Waven Settlement Ne Waven Small Settlement Waven Weiner die anderen Waven Weiner die anderen Gehen wir mal zu ihm hier, zu Wolfgang. A new task was received, ohne Text. Ja, auch ein bisschen seltsam, hm? He promised a fair reward to for my job. Ach ja, hat er uns angeboten. Wurde aber nix davon mitgekriegt haben, aber ich will ja nix sagen, ne? Die kleinen Fehlerchen in dem Spiel. I need 10 Panther Fangs. Could you get them for me? What do you need these Fangs for? I want to make a necklace with them. Where am I supposed to find them? Go hunt for Panthers. They gather on the other bank of the river. Right to the east of the settlement. Okay, I will help you. Aha, I will be waiting for you. There are those... Panther Fangs! Get 10 Panther Fangs and bring them to Blank Chi at the Wolf Settlement. A girl from the Wolf Clan named Blank Chi asked me to get 10 Panther Fangs for her. She wants a necklace made of such Fangs really badly. Panthers can be found on the east of the Wolf Settlement, on the other side of the river. Aha. There's one here. There's something else. There's one here. There's one here. There's one here. There's one here. Do you have time to do me a favor? What favor? I'm a herbalist. I make all sorts of useful potions. I need some rat's tails now. But I've been scared of rats ever since I was a child. If you could just get me 7 rat's tails. I sure can. No problem. They live to the south of the village. I need just 7 meadow rat's tails. I'll be waiting for you. Okay. A new task was received. Red tails. Get 7 tails of meadow rats and bring them to the herbalist at the Wolf Settlement. The herbalist at the Wolf Settlement asked me to get her 7 rat tails, which she needs to make some potions. Meadow rats can be found somewhere to the east of the settlement. Aha. Rats. According to the herbalist, meadow rats are be found not far from here. But. Wolfgang asked me to drive bandits away from the crossing. Hat er gar nicht. Well it's still to me here. We need to cross a river. Das ist ein Hauptquist. Panthers. Panthers are found here. Da müssen wir hin. Aber ich lasse noch Macho dieses Mal. Ich glaube nicht. Vorher renne ich immer da hin. Und werde dann mal in aller Ruhe. Es war nicht viel noch jemanden zum reden. Guck auf der Karte mal nach. Den haben wir schon. Das ist nicht mal gut zu erkennen. Ganz ehrlich. Ich würde mal sagen. Wir gehen mal los. Ich würde mal sagen. Wir gehen mal los. Oh ne. Wir gehen mal hier. Wir gehen mal hier hin. Komm her. Erstmal hier hin. Was gibt es denn hier? Tradesman, Tradesman, Tradesman. Das wird nicht mehr hin. Dann werden wir mal was loswerden. Komm her. Den brauchen wir auch nicht. Den brauche ich auch nicht. Den brauche ich auch nicht. Elektro Stacker. Hilf mir nicht wirklich. Alter. Die will ich auch alle Samst verdienen. Ja. Da weiß ich noch nicht so genau. Du willst einen Kerosin vernehmen. Aber das krieg ich auch nicht so schnell hin wahrscheinlich, deswegen verkauf ich den erstmal Die brauche ich auch nicht Kerosin Ja, das Ist ein bisschen blöd Ich will mich balken Der war nicht besser Der kann weg Da muss ich mein Spain erst die Agilität Wo bringen, ne Glaube ich viel Waffe Habe ich mir nicht genügend So Okay Aber verkaufen Die Die fühlen wir leider nicht so gut Merkmal auch im Preis, wenn man dafür kriegt Dabei kriegen wir immerhin 30.000 Bei dem Ding Aber ich habe Angst das zu verkaufen Hinterher Kissen haben wir nicht mehr so Einfach so bezahlt Deswegen will ich da mitschleppen Ne Weile Ähm Ja Die will ich auch mitschleppen Die kann auch weg Die Stärke brauche ich da ein bisschen mehr für Da habe ich auch so ein Ding was ich einsparen möchte Die kann hingegen Und weg Die will auch Und Und Da geht hier ein Staff Ja Der aber nicht so gut ist Das ist aber den den wir hatten, ne Ähm Der kann weg Das kann nur auch weg Das kann nur auch weg Das kann nur auch weg Das will auch So Okay Gibt es irgendwas zu kaufen hier Wollen wir was kaufen Nein erstmal Nicht Erstmal will ich mal hier mich drum kümmern Ähm Mal hier Dann hier los hier Wow wie auch Wulffs Ja Super Super Nie passiert Jetzt kommen wir hier raus Was war das denn? Was war das denn? Was war das denn? Mal hier Oh Wieder Bieren Oh ja Komm schon Auch erwisst Guck gerade wo wir lang gehen wollen Ich glaube wir gehen dann hier diesen Weg entlang, ne Was Komm schon Ja ne man Hey der ist nur ein Bär Riesengroß Aber Egal ist er Trotzdem tot Da ist nix Dann halt nicht Gehen wir jetzt den Weg mal kurz nach unten Gucken wir wo er uns hinführt Gehen wir diesen Weg mal entlang einfach mal kurz Guck gerade hier hab hier irgendwas Aha hier ist ein Jäger Ja Ja Jäger Heißt n Jäger auf Englisch Jäger? Heißt die in die Hand das? Was ist das hier? Aha da gehts irgendwo rein Hör mal sonst mal zu sehen was wir hier so haben Kann 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 Ja Ja Ihr kennt das ja Also wenn da die ganzen Wenn die ganzen Viecher da sind Dann sind die Jäger auch in der Nähe Die nehmen ja alles weg Ach kein Opt hier Nee Aber Aber wie es war dann hier läuft man dann weiter Aber hier ist mir kein Zug Wie ärgerlich Na gut Mal gucken wo was jetzt hingeht hier Mal sehen Mal sehen Mal sehen Mal sehen Mal sehen Mal sehen Ege so wie hoch mal sehen Mal sehen Was ist das denn hier? Mal sehen Mal sehen Mal sehen Mal sehen Was für die machen hier Ebelig mal ne greifende Killer Oh, wie kann ich mich hier fühlen? Noch mehr Ravens. Timo, ja, nein. Oh, alle. Oh, wie kann ich das tun? Wieso Wapens sind ja überall? Wieso Wapens sind ja überall, was soll das? Was soll ich da oben hier oben nix liegen lassen? Na gut. Okay, weiter jetzt. Was soll man da? Ah, Panther. Ah ja. Ski-Panthers. Sind das diesmal? Aua. So. Okay, das sind aber andere Panther, wie das aussieht. Das sind nicht die Panther, die wir suchen. Was haben wir hier für Viecher? Das sind auch mal die Ratten, die wir suchen. Würde ich so behaupten, ne? Kommt da ungefähr hin? Weil er hat speichert, oh, der hat eh nicht gespeichert. Der hat eh nicht gespeichert, ich speichere auch zu selten, weil er automatisch speichert. Oh. Okay. Okay, können wir mal wieder hier nehmen. Ihr still have to gather the six Wattails, five and four. Was ist jetzt mir fix hier? Was ist hier los? Ah, was haben wir denn für Viecher? Mighty Bear. Ja, Mighty Bear. Oh, was ist mit der los? Ah. Ja, wir müssen wieder rein hier. Oh. Ja. Ja. Naja, ey. So. Teller rumtan, ich wäre es aber zu erledigen. Naja, immer schön heilen, ja. So. Okay. Kaufe mal rum. Aber wenn Tell sich nicht angeschlagen wird, aber... So. Na komm her. Alter. Naja, ey. Naja, ey. Uh. Brrrr. Aber was ist nicht viel los hier, hm? So, ey. Ah, ein noch. Da liegt er oben. Red Tails, ja. Da liegt dann da oben. Pass Extended. Und. I got these seven tails for the Herbalist. I have to bring them to her and get the reward. Ja, genau. Wollen wir hier noch ein paar andere Leute, andere Viecher umbringen. So, voller Wüst. Wollen wir mal aufgebremt hier, würde ich sagen. Was war hier los? Auf diesem Berg. Der Berg hat gerufen nach Ratten. Huuuuh. Also ganz schön wieder herangenommen. Ja, das war gar nicht so leicht der Kampf, aber... Tell, tell ist nicht praktisch. Ja, Fähigkeiten. So, ich geh mal hier rum. Erkunde mal die ganze Gegend hier mal. Kann ja nicht wissen, ob hier noch irgendwas deckt. Wie am besten die ganzen... Ich will am besten die Seite von dem... Von dem... Äh... Ja, von der Fluss... Die Flussseite am besten noch aufklären dieses Mal. Bevor ich dann aufhöre. Wenn wir beim nächsten Mal einfach hier rüber gehen können und dann sind wir fertig. Ähm... Das wäre dann sicherlich die bessere Idee. Finde ich. Können wir nicht aufteilen diesmal. Aber ja, beim nächsten Mal auch mal sowieso rüber müssen. Wegen die Annahmenquests können wir das dann machen.